Hallo und herzlich willkommen bei UbiTested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal mit einem komplett neuen Auto. Nach über zehn Jahren in der Elektromobilität hat Renault es doch tatsächlich wieder geschafft, ein komplett neues Modell auf den Markt zu bringen. Vor allem in einem sehr wichtigen Marktsegment, nämlich in einem Kompaktsegment oder, wie könnte man es nennen, ID.3-Segment vielleicht sogar. Denn er ist der schärfste Konkurrent für den VW ID.3 in meinen Augen und Renault sagt selber, wir haben zehn Jahre Elektroautokompetenz, also müssen wir auch was ordentliches auf die Räder stellen. Und das hier soll das Produkt sein, welches den Turnaround auch in der Renault-Gruppe schafft und die Elektromobilität noch weiter nach vorne bringt und vor allem auch Renault in eine Führungsposition bringen soll. Ob er das kann, das werden wir anschauen, was er kann natürlich auch und damit herzlich willkommen nochmals hier bei UbiTested. Schön, dass ihr dabei seid und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit mir und dem neuen Renault Megane E-Tec Electric. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Der Renault Megane E-Tech Electric, sehr langer Name, hat eine wirklich schöne Front, wie ich finde, dynamisch, ein bisschen aggressiv, auf alle Fälle deutlich aufregender als der Konkurrent aus Wolfsburg, wie ich finde. Wir haben Voll-LED-Scheinwerfer serienmäßig an Bord. Es gibt adaptive LED-Scheinwerfer, aber ohne Matrix-Funktion. Das Tagverlicht, so in dieser Z-Optik, ist so typisch für Renault-Modelle. Wir haben auch eine cleane Front und der Renault Megane ist das erste Fahrzeug mit dem neuen Rombus-Logo im Kühlergrill, so wie er jemals hieß. Jetzt ist er in der Frontmaske. Der Wagen ist 4,20 m exakt lang und damit 6 cm kürzer als der VW ID.3 und wie wir sehen, ist es auch ein sehr flaches Auto, nämlich auch 1,51 m hoch und damit 6 cm flacher als der ID.3. Ob er das jetzt im Innenraum auch irgendwo zu spüren lässt, das werden wir gleich sehen. Kommen wir erst einmal zu den Antrieben, denn im Gegensatz zum Konkurrent aus Wolfsburg haben wir hier einen Frontantrieb und der Motor sitzt auch auf der Vorderachse und treibt auch jene an. Es ist ein fremderregter Synchronmotor, während der VW ID.3 einen permanent erregten Synchronmotor zum Beispiel verwendet. 20 Zoll Räder hier sind auf unserem Testwagen drauf, das ist die Techno-Ausstattungsvariante. Es gibt hier insgesamt die Ausstattungsvarianten Equilibre, Evolution, Techno und Iconic. Iconic, die höchste Ausstattungslinie von dieser hier, verspricht sich Renault übrigens die größten Erfolg. Den größten Erfolg verspricht man sich auch von der stärksten Antriebsvariante. Die bietet 160 kW Leistung und 300 Nm maximales Drehmoment. Ist damit ein bisschen stärker als der Wolfsburger, hat aber weniger Drehmoment. Und die Ladeleistung, die wir hier haben, hinter der Klappe hier, ist 130 kW am Schnelllader oder 22 kW an einer Ladesäule, einer öffentlichen, beziehungsweise einer heimischen Wallbox. Und das unterscheidet ihn doch deutlich von den Wolfsburgern. Die können maximal 11 kW ziehen. Der Renault kann 22 kW mit einem Onboard Charger und damit ist er natürlich günstiger öffentlich zu laden, was für viele sicherlich interessant ist, als eben der Wolfsburger. Kommen wir aber jetzt zum Heck, welches, meiner Meinung nach, das die Schokoladenseite hier sogar ist. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, das Megane E ist sogar tatsächlich hier hervorgehoben mit einer goldenen Einheit. Finde ich ganz stylisch gemacht. Hinter dem Kofferraumdeckel verbirgt sich ein tiefes Laderaumabteil. Da geht es weit nach unten runter. Einen doppelten Laderaumboden gibt es leider nicht. 440 Liter Standard Laderaumvolumen haben wir hier. Und die Rücksitzlehne ist im Verhältnis ein Drittel, zwei Drittel umlegbar. Und wenn wir da dann einmal hier die Rücksitzlehne umlegen, dann sehen wir auch tatsächlich, es ergibt sich eine deutliche Stufe. Also schade, dass es hier keinen doppelten Laderaumboden gibt. Damit wäre das Fahrzeug deutlich besser nutzbar im Gepäckabteil. Die Frage ist aber, wie schaut es auf der Rücksitzbank aus? Und da kletter ich jetzt für euch rein. Ich habe hinten jetzt Platz genommen für euch. Und hier sind die Platzverhältnisse doch ganz gut. Vor allem für ein so kompaktes Fahrzeug. Wir haben aber auch einen langen Radstand von 2,69 Meter. Das hilft natürlich ungemein, um hier hinten im Fond genügend Kniefreiheit und auch Kopffreiheit unterzubringen. Wobei Kopffreiheit natürlich nicht mit dem Radstand in Verbindung steht. Aber man sieht, man konnte die Sitzbank möglichst weit nach unten ziehen. Warum? Weil eben das Batteriepaket nur 11 Zentimeter hoch ist und das Flacheste auf dem Markt. Und somit sitzt man hier auch durchaus angenehm. Ja, die Beine sind nicht zu weit angewinkelt, wie ich finde. Und eben auch genügend Bewegungsfreiheit, weil die Füße schön unter die Vordersitze passen. Wir haben Luftausströmer hier in der Mittelkonsole, die einstellbar sind, sowie zwei USB-C-Anschlüsse. Dann haben wir in den Sitztaschen untergebracht und für die Kindersitze haben wir hier Isofix-Verankerungen hinter einer Klappe. Auch gut zugänglich. Ich mag auch diese Textilien, die hier verbaut sind, die auch aus recycelten Kunststoffen sind, sowie diese Kunstledersachen mit diesem gelben Stitching. Das hat schon ein bisschen was Dynamisches in meinen Augen. Und nach Dynamik schauen wir mal, ob es da vorne dann auch ausschaut, wenn ich auf dem Vordersitzplatz nehme. Fahrer und Beifahrer machen es sich bequem auf durchaus sportlich ausgeformten Sitzen. Genügend Seitenhalt bieten sie. Die Sitzfläche, finde ich persönlich, ist ein bisschen kurz geraten. Es gibt hier auch keine ausziehbare Schenkelauflage, die ich mir wünschen würde. Ein positiver Punkt, der Beifahrersitz bietet neben Isofix-Verankerungen zusätzlich auch eine Höhen-Einstellmöglichkeit. Die gibt es ja beispielsweise in Wolfsburg eher beschränkt nur. Und schön auch diese Mittelkonsole, die so ein bisschen zweigeteilt ist. Wir haben hier oben eine Induktiv-Ladefläche für das Smartphone untergebracht. Wir haben hier den hohen Turm für die Armauflage mit den zwei USB-C-Anschlüssen darunter und einem Ablagefach. Da geht auch ordentlich was rein. Das Lenkrad ist natürlich auch in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar. Eine Besonderheit, die wir hier haben, ist, dass wir einen Automatik-Wählhebel tatsächlich hier wie so im US-Style oder bei Mercedes, könnte man sogar sagen, ist das abgeguckt haben, hinter dem Lenkrad. Ansonsten schauen wir dann einmal ins Cockpit hin. Schauen wir zunächst einmal über den Armaturenträger. Da fällt uns auf, der ist mit Stoff bespannt, schaut gut aus, macht auch einen ordentlichen Eindruck. Zudem diese Alcantara- bzw. Mikrofaserbezüge hier ziehen sich auch einmal komplett rum. Das macht schon einen schönen Eindruck, genauso wie dieses gesamte Displaypaket, welches serienmäßig mit einem 12 Zoll digitalen Cockpit oder Kombi-Instrument in dem Fall ausgerüstet ist. Optional erhältlich ist dann ein 12 Zoll horizontal ausgerichtetes Infotainment-System. Serienmäßig sind hier 9 Zoll. Beim Infotainment vertraut Renault jetzt komplett auf Android Automotive, wie wir es aus Volvo oder Polestar-Modellen mittlerweile kennen. Das heißt, wir haben hier den Google Sprachassistenten an Bord sowie Google Maps, was richtig gut funktioniert, schnell funktioniert. Auch eine Ladeplanung ist damit hervorragend möglich. Sehr schön, auch hier so diese Kacheln, die wir hier unten noch haben. Mir gefällt es wirklich gut, wie man das ganze Display aufgebaut hat. Einzig hin und wieder spiegelt es durch diese Glasoberflächen. Das seht ihr jetzt natürlich noch besser. Wir haben hier physische Tasten noch für die Klimabedienung. Darunter ruht, wie gesagt, das Smartphone induktiv. Schauen wir noch einmal kurz auf das Lenkrad. Sehen wir, dass das, wie gesagt, nicht ganz rund ist. Das finde ich jetzt, aber es liegt gut in der Hand jedenfalls. Wir haben hier Schaltwippen für die Rekuperationsstufen. Vier Stück haben wir an der Zahl. Wir können auch das Display über eine View-Taste entsprechend konfigurieren. Das ist natürlich vorkonfiguriert, aber dennoch, wir können uns verschiedene Anzeigen hier hervorrufen. Und wir können mit dem Multisense-Taster, der so ausschaut wie der Startknopf, die einzelnen Fahrmodi hervorrufen. Wir haben Komfort, Eco, Sport, Personal oder persönlich respektive. Es gibt es dann auch noch, da könnt ihr dann die entsprechenden Fahrmodi nochmal oder das Fahrzeug noch ein bisschen individueller konfiguriert. Das kennen wir ja auch aus dem Volkswagen-Konzern. Meiner Meinung nach ist das Cockpit sogar schöner gestaltet als das im ID.3 etwa, weil es nicht so zerklüftet ist, oder? Was sagt ihr dazu? Lasst uns aber jetzt erst einmal zur Probefahrt starten, denn wir wollen wissen, was der Renault Megane E-Tag Electric auf der Straße so kann. Musik 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 So, das war die erste Ausfahrt mit dem brandneuen Renault Megane E-Tag Electric. Was für ein langer Name, aber ehrlich gesagt ein richtig guter Eindruck, den er hier hinterlässt bei mir. Noch ganz kurz, es gibt zwei Batterie Varianten, zwei Motor Varianten. Den Einstieg bildet eine 40 Kilowattstunden Batterie mit einem 96 kW starken Elektromotor, also 131 PS. Den könnt ihr dann aufrüsten auf Schnellladen, denn in der Basis sind nur maximal AC-Laden mit 7,6 kW möglich und ihr könnt auch den kleinen Motor, den schwachen Motor mit der großen Antriebsbatterie zusammen kombinieren oder aber eben gleich auf den starken Motor mit 218 PS bzw. 160 kW umsteigen und der 60 Kilowatt Batterie. Einstiegspreis, das ist so das Lokangebot, nach Abzug der Umweltprämie liegt bei knapp über 25.000 Euro. Meiner Meinung nach kann man das auch eher vergessen, ich glaube das wird kaum jemand wirklich nutzen. Wenn, dann solltet ihr hier zur Techno Variante greifen mit dem großen Antrieb und da starten wir bei 44.700 Euro. Nehmen wir dann die Assistenzpakete noch mit rein, Wärmepumpe und so weiter, Metallic-Lackierung hier mit zwei Farben, dann liegen wir preislich bei knapp unter 50.000 Euro. Und im Gegensatz zum ID.3 sind das so 300, 400 Euro günstiger. Heißt, es bleibt am Ende die Frage, Geschmack oder aber wer macht mir die bessere Leasingangebote? Und da meiner Meinung nach müssen wir mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt, denn der Renault Megane wird beim ADAC dann Einzug halten ins Programm. Die Renault Zoe ist ja bekanntermaßen da rausgefallen. Meine Meinung zum Renault Megane E-Tag habe ich euch jetzt kommuniziert, jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir unten in die Kommentarbox, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls noch nicht getan. Ich bedanke mich bei Bernd fürs Filmen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sagt Tschüss und Servus, euer Ubi.